Zahili liegt mit dem Reifen auf Rang 8, also eine absolute Kandidatin für das Finale. Lisa Ingeleva hält sich übrigens mit dem Reifen auf Rang Nummer 10, ist mit dem Ball 8. Es gibt also schon noch einige Hoffnungen, dass sie vorne das Finale erreicht. Warten wir ab, wie hier ihre Konkurrentin ihre Kür über die Bühne bringt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020